Christian Solmecke, kleinen Applaus bitte. Anwalt im Medienrecht. Wer uns vielleicht mal ganz kurz erklären kann mit einem Satz, was das für Konsequenzen haben kann. Die Konsequenzen können heftig sein. Wenn man Jura anfängt zu studieren, dann lernt man schon im ersten Semester einen lateinischen Satz. Pacta sunt servanda. Verträge müssen eingehalten werden. Und das hat er nicht gemacht. Also er hat einen Vertrag und das kann ihn wirtschaftlich ruinieren. Wenn RTL das jetzt alles geltend macht und was wir auch gerade schon gesehen haben, Kaufland, mit denen hat er einen großen Werbedeal gehabt, haben um 22 Uhr heute sämtlichen Wendler-Content gelöscht und haben sofort reagiert und gesagt, wir wollen tatsächlich die Menschen nicht gefährden, wir distanzieren uns von diesen Aussagen. Das heißt, das schlägt sofort durch. Nicht nur RTL, auch der große Werbedeal, der da möglicherweise zu platzen droht, das kann einen Millionenschaden verursachen. Das werden wir nochmal sehen. RTL hat sich auch schon... Hat sich auch geäußert, ja. Ja, also ein Tweet von RTL. Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler, sowohl zum Ausstieg aus DSCS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich. Ja, wir haben auch natürlich mit einigen Verantwortlichen von RTL gesprochen oder Kontakt aufgenommen. Da ist jetzt auch noch kein finales Statement oder wie das weitergeht drüber getroffen. Da will man sich morgen frühestens erst ausführlicher zu äußern. Und was ganz interessant ist, ist ja auch gerade Dieter Bohlen, der sich da ja auch als der Chefjuror zu äußert. Du hast ja auch mit Dieter noch heute Kontakt gehabt. Das ist Markus Krampe, der Manager von Michael Wendler, der hier sitzt. Wie hat das denn Dieter Bohlen so aufgefasst? Ja, ich, so wie ich es verstanden habe, war er relativ enttäuscht. Weil ich glaube, dass diese Besetzung Wendler-Bohlen sehr brisant war für DSDS. Man hat das zwischendurch ja jetzt schon gemerkt, dass das auch medial sehr stark aufgenommen wurde. Und ich glaube, das wäre eine super Staffel geworden, auch für RTL. Weil die beiden entgegen allen Unkenrufen zuvor sich super verstanden haben. Also die ersten zwei Tage waren ein bisschen wackelig. Aber dann sind zwei Alphatiere aufeinander getroffen. Und die haben sich die Tage halt dann gut zusammengerauft. Also da sind sehr, sehr schöne Szenen herausgekommen. Umso krasser ist das Ganze jetzt, dass das so endet. Wie viel wurde denn bisher schon gedreht? Jetzt ging es ja um den Recall. Also das heißt, die Castings sind schon durch. Die Castings sind alle durch. Die wurden auf dem Schiff gedreht dieses Jahr. So viele Folgen? Acht Folgen? Was sind das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist ungefähr 200. Wie viele Tage habt ihr gedreht? 14 Tage. Ach, 14 Tage. Ja, also 12 bis 14 Tage waren wir auf dem Schiff. Und ja, das sollte jetzt weitergehen. Und die Szenen, auch alle Verantwortlichen von der SDS, von der Redaktion, waren hochzufrieden. Die haben gesagt, also wir haben uns das nicht so gut vorgestellt, dass das so eine geile Sendung wird. Es sind wirklich ganz, ganz heftig gute Szenen dabei gewesen, zwischen Wendler und Bohlen auch. Und deswegen... Wenn die vielleicht, also rausgeschnitten können die ja wohl schwer werden, ne? Also wir werden wahrscheinlich trotzdem alles so aussteigen. Bestimmt. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe eben eine halbe Stunde mit Dieter Bohlen telefoniert. Der war auch sehr geschockt. Und man denkt ja, ähnlich wie bei mir, dass wir so harte Showknochen sind oder so. Der Dieter Bohlen, kann ich sagen, ist auch ein mega menschlicher Typ. Ich habe den nur, nur top kennengelernt. Ich kann kein schlechtes Wort sagen. Sehr, sehr professionell. Und der hat gesagt, es tut mir leid für ihn, weil er auch bei Michael Wendler gesehen hat, dass das Potenzial hat. Auch alles, was wir gemacht haben und so. Und hat auch jeden Tag gesagt, wie geil das ist, was wir so machen. Und umso enttäuschter ist er, dass das jetzt so endet. Komischerweise hört sich das bei ihm immer ein bisschen anders an, denn so hat es Dieter Bohlen eben gerade kommentiert. Ja, hallo und guten Abend bei Dieters Tagesschau. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, der böse, böse Wendler ist nicht mehr in der Jury. Ja, und was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Sie hat gesagt, Dieter, die größten Probleme erledigen Sie oft von selber. Du musst nur so ein bisschen warten. Dieter Lindner hat gewartet und Wendler ist auch schon weg. Es hat wahnsinnige Gründe, ja. Also Verschwörungen, die Welt ist eine Scheibe und ich weiß nicht, also Corona ist auch schuld. Ach nee, die Regierung. Also Leute, alle sind schuld. Ich ausnahmsweise mal nicht, vielen Dank. Und ihr wolltet es doch sowieso, dass er abhaut. Und also freut euch alle. Ein Abend der Freude und der Besinnung, ja. Gebt euren Schatzen Kuss und tschüss, dein Julius. Ich sag mal so, das hört sich ein bisschen anders an zu dem, was du gerade gesagt hast. Also man wird immer so schockiert und da feiert das Problem ab. Geil, weg ist er. Also es ist so, dass Dieter Bohlen natürlich einmal eine Privatperson ist und einmal eine Person der Öffentlichkeit. Und er macht natürlich seine Rolle, die er da eingenommen hat. Der macht ja alle Ehre. Weil er hat ja noch im Februar gesagt, Michael Wendler niemals bei mir in der Jury. Dann hat er sich rausgesetzt, nicht neben mir, deswegen sitzt er auf der anderen Ecke. Smartes Kerlchen. Ja, aber er weiß natürlich auch, dass das Quote, wem sag ich das alles ist? Und ich glaube, dass Michael Wendler ganz klar von RTL auch eingekauft wurde, um eine große Quote zu machen. Dann einscheidet du bist auf jeden Fall. Und das ist, ja, das werden wir jetzt so oder nicht mehr. Versuchen wir noch einfach mal selber anzurufen. Vielleicht geht er ja ran. Das glaube ich nicht. Das ist doch nicht. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Okay, Moment. In der Zwischenzeit haben wir eine Frage. Warte jetzt kurz, warte, ja, warte, ich probiere es noch auf der anderen. Ist das so hoch? Du kannst ja in der Zwischenzeit versuchen anzurufen. Es wurden ja einige Fragen gestellt und jetzt muss man auch sagen, der Wendler hat ja brav Werbung gemacht für DSDS. Wenn das jetzt nur ein PR-Gag gewesen wäre, wäre es trotzdem ausreichend, um zu sagen, Vertrag aus? Ja klar, ich sag mal so, man kann nicht solche PR-Gags im Alleingang machen. Das muss natürlich abgestimmt sein. Wenn das ein Gag gewesen sein soll für die Sendung, wäre es, glaube ich, kein guter Gag gewesen. Also selbst wenn er jetzt sagen würde, war ein Spaß, weil jetzt im Prinzip ist das ja heute passiert. Wenn er morgen sagt, Leute, das war nur ein Gag, 1. April, jetzt im November oder Oktober, kann er es rückgängig gemacht haben? Dann ist der Schaden zumindest klein geblieben, wenn er das morgen wieder rückgängig machen könnte. Was ich einzige Chance, die ich für ihn jetzt sehe, um hier von Millionenforderungen runterzukommen, wenn RTL die gelten macht, ist, dass man nachweist, dass das alles in einem krankhaften Zustand entstanden ist. Das muss man ja wirklich sagen. Das könnte ja sein, dass da irgendwelche Ärzte jetzt bescheinigen, dass da irgendwo eine Sicherung durchgebrannt ist. Ich habe mir das auch angeguckt und dachte, das ist so wie bei Attila Hildmann, Xavier Naidoo. Das sind alles die gleichen Dinge, alles in einer Verschwörungstheorie. Heißt das dann, dass es umgekehrt der Fall sein könnte, anstatt dass er noch gut Geld verdient, jetzt wieder sich ordentlich in die Schulden reinreitet? Ja, absolut. Weil er ja die ganzen Verträge, den muss er natürlich... Ich meine, man muss sich jetzt mal die Frage stellen, wie geht es jetzt weiter für RTL? Die können jetzt diese 14 Folgen senden und dann müssen die den Juro irgendwie austauschen. Aber der ganze Spannungsbogen ist ja da möglicherweise unterbrochen. Aber so wird es laufen. Also ich glaube, aus RTL-Sicht, weil es ist ja aufgezeichnet, kann man nichts anderes machen. Also es ist sehr kurios, weil man natürlich eine Jury hat, wo man ihn nicht komplett rausschneiden kann. Man hat ja einen ähnlichen Fall mit Xavier Naidoo gehabt dieses Jahr, der ja auch, wo man sich ja denkt, liegt es vielleicht an dem Wasser, was da ausgeschenkt wird in der Jury oder so. Das ist erst Xavier Naidoo, jetzt Michael Wendler. Wen verlieren wir als nächstes? Und Maite Kelly müssen wir uns bald Gedanken machen und die Kelly-Family. Aber da ist es ja so gewesen, hat man ja schon versucht, Xavier Naidoo dann aus den ganzen Rückblicken weitestgehend rauszuschneiden. Das geht ja jetzt so nicht. Da sind einfach Sendungen aufgezeichnet, die werden im Januar ausgestrahlt werden und auf einmal ist dann Recall und ist er weg. Ja, spannender finde ich ja, dass es jetzt einerseits um DSDS geht, aber Michael Wendler stand ja umfassender bei RTL unter Vertrag. Und man muss sagen, wenn man jetzt in der Art und Weise vertragsbrüchig geworden ist, ist auch das gesamte Konstrukt gescheitert, sodass ich davon ausgehe, dass eigentlich da die Vertragsbasis insoweit zerbrochen ist, dass die nicht weiter arbeiten werden. Das ist denn, was ist denn jetzt mit der Hochzeit? Das war ja so das nächste Thema. Also eigentlich so unser Stand. Es war so, eigentlich sollte er ja schon in Las Vegas geheiratet werden. Hat nicht geklappt. Dann hat man Europa sich umgeguckt, dann sollte es in Griechenland, hatte ich mal gehört. Dann hieß es auf einmal, es ist Dresden oder irgendwo in Deutschland wird geheiratet. Jetzt heißt es nächstes Jahr. Findet das überhaupt noch statt? Und ist das, oder ist das jetzt zu früh zu sagen? Also ob das stattfindet, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht bei RTL stattfinden wird. Also es ist tatsächlich so. Aber vielleicht bei Vox oder RTL. Wir sind ja alle zusammen. Also es ist ja so, dass, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir einen sehr umfangreichen Vertrag mit RTL haben, der bis Ende nächsten Jahres läuft. Und da war jetzt auch fürs Frühjahr eine eigene Sendung inkludiert. Ein eigenes Format für Michael Wendler. Für die Hochzeit? Nein, ein eigenes Musikformat, was ab März, April losgehen sollte. Dann wurde die Doku-Soap verlängert mit, ich glaube, 24 Folgen. Also ich will da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken, weil umso krasser ist das Ganze. Ja, und wie gesagt, ich wurde eben schon von RTL informiert, von der Geschäftsleitung, dass sie morgen mit mir eintreffen möchten. Und da kann ich mir schon vorstellen, wie das ausgeht. Das ist so, wie wenn man antreten muss, wenn die Kinder Scheiße bauen. Ja gut, ich, also ich, glücklicherweise. Kommen Sie mal bitte morgen vorbei, wir müssen mal über den Michael reden. Ja, vielleicht so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Also ich meine, was soll ich machen? Also ich habe meinen Job gemacht, ich habe versucht, alles bestmöglich zu machen. Und mir wurde auch kein Vorwurf gemacht, das muss ich dazu sagen. Wir wollen natürlich nur, wir haben die Verträge alle gemeinsam gemacht. Kann man die ja auch nicht wirklich machen.